Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen in die Runde. Ich hoffe euch eigentlich geht's gut. Ihr seid alle gut in diesen Freitagmorgen reingestartet. Momentan traden wir bei ungefähr 20.600 US-Dollar. Wir haben einen kleinen Pump gesehen. Ob das jetzt schon im Endeffekt für höhere Kurse reicht, werden wir uns jetzt auf jeden Fall anschauen. Erstmal noch vielen, vielen Dank für den geilen Livestream. Gestern hat er richtig Spaß gemacht. Auch ein paar Trades mitgenommen. Also habe ich ja gerade schon in die Telegram-Gruppe gepostet. Die laufen sehr, sehr gut. Schauen wir uns aber jetzt auch gleich nochmal an, ob da vielleicht für euch auch noch die Möglichkeit besteht. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst den Video auf jeden Fall. Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Und lasst einen Kommentar mit euren Altcoin-Wünschen da. Dann würde ich vielleicht am Wochenende noch ein extra Altcoin-Video raushauen. Gut, ich würde sagen, wir starten durch. Wie gesagt, 20.500, 20.600 US-Dollar. Kurzer Peak in dem Bereich der 20.700. Jetzt schon wieder so eine kleine Gegenreaktion. Im Endeffekt verhält sich der Markt so, wie wir es gestern und auch gestern Abend im Livestream besprochen haben, dass wir uns jetzt zumindest erst einmal versuchen, hier diese höheren Hochs bei ungefähr 20.800 US-Dollar zu holen. Ansonsten sehr, sehr wenig Bewegung. Also das wäre weiterhin im Endeffekt so unser Ziel. Die 20.800 US-Dollar würde auch auf den kleinen Timeframes möglicherweise zum Errors-Eye passen, der hier schon wieder im übergekauften Bereich angekommen ist. Das heißt, höheres Hoch in dem Bereich der 20.800, wo im Endeffekt hier unsere letzten, man kann schon sagen, zwei, drei Hochs hier im Endeffekt liegen mit dieser sehr, sehr vielen Liquidität, bevor wir dann nochmal im Endeffekt einen Rücksetzer machen. Die Frage ist dann, kriegen wir ein tieferes Tief dann hier aus dieser Range oder bouncen wir hier wieder in der Region um 20.000 US-Dollar? Das ist dann im Endeffekt fraglich jetzt fürs Wochenende. Was wir natürlich noch dazu sagen müssen, dafür gehe ich jetzt wieder in den 4-Stunden-Chart. Wir sind weiterhin in einem Abtrend und dieser könnte auch weiterhin getestet werden. Habe ich gestern Abend auch erst gezogen. Also das heißt, wir könnten hier nochmal bis ungefähr 19.800 US-Dollar runterkommen und dann im Endeffekt nochmal eine Welle nach oben hinkriegen in dem Bereich der 21.100, 21.500. Abgeschrieben habe ich das noch nicht. Es wird nur irgendwie unwahrscheinlicher und unwahrscheinlicher pro Tag, wo wir uns im Endeffekt nicht dahin bewegen. Einfach aufgrund dieses Wix, den wir in der Fett-Zinsentscheidung hatten. Aber gut, werden wir sehen. Ich bin weiterhin eher davon überzeugt und dafür zeige ich euch nochmal ganz kurz den Trader-Reality-Indikator. Wartet, müsste jetzt gleich funktionieren. Ja, wahrscheinlich nicht. Immer dieser Vorzeige-Effekt. Wenn man das über Nacht nicht aktualisiert. So, jetzt aber. Und zwar haben wir bei ungefähr 18.800 US-Dollar immer noch eine Vector-Candle. Hier unten sieht man das ganz gut. Gut, genau diese meine ich hier im Endeffekt. Die wurde noch nicht ganz aufgefüllt. Und die sollten wir uns im Endeffekt noch holen bei 18.900 US-Dollar. Deswegen weiterhin diesen Bereich absolut im Auge behalten. Ist auch gleichzeitig noch eine 4-Stunden-Demand-Zone. Also ich bin noch nicht ganz davon weg, dass wir uns nicht die noch holen sollten. Also deswegen immer noch hier ein bisschen vorsichtig sein mit überhöhten Long-Positionen oder sonstigen. Meine Orders sind zumindest das erste Mal gesetzt. In diesen Bereichen da unten. Wie gesagt, wir haben unser Golden Pocket bei ungefähr 19.300 US-Dollar gezogen. Nach dem Binance US-Chart. Weil da eben die meiste Liquidität liegt. Nicht so wie hier auf dem Binance-Chart. Auf dem Buy-Bit-Chart. Immer wieder, dass ich euch das ins Gewissen reinrufe. Da bitte drauf achten. Aber ansonsten, wie gesagt, wichtiger wäre jetzt erst einmal die Hochs zu holen, um die Liquidität hier oben abzugreifen. Um die ganzen Short-Orders, die hier oben aufgemacht wurden. Da wurden einige aufgemacht. Man sieht es auch an dieser Bookmap. Im Endeffekt, wo die ganzen Short- bzw. wo die Liquidität liegt. Dass wir uns die holen. Dann nochmal einen Rücksetzer machen. Und dann wird es interessant, wo wir stoppen. Stoppen wir bereits am Abtrend. Wäre das hier ein perfektes Long-Signal aufgrund des Pivots, der hier liegt. Stoppen wir hier nicht. Ist die Chance sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir einfach in den Bereich der 19.300 bis 18.900 US-Dollar runterfallen. Und uns dann möglicherweise für nächste Woche, wenn die Inflationsdaten dann kommen. Wo ich weiterhin davon überzeugt bin, dass die niedriger ausfallen werden. Dass wir uns dann im Endeffekt hier dann long positionieren. Und dann möglicherweise einen Breakout in Richtung 22k kriegen. Aber wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmelodie. Das warten wir dann nächste Woche ab. Dann schauen wir uns Ethereum an. Hier mal ein ganz kurzer Blick auf den 1-Stunden-Chart. Hat den Aspekt, gestern haben wir drüber im Livestream gesprochen, aufsteigendes Dreieck. Plus so ein, naja, ein doppelter Boden war es jetzt nicht meines Erachtens. Aber dieses aufsteigende Dreieck mit dem Preisziel hier oben bei ungefähr 1.609 US-Dollar. Würde passen einfach noch, damit wir uns diesen Wick holen bei ungefähr 1.620 Punkten. Und dann im Endeffekt das gleiche Spiel wie bei Bitcoin. Können wir uns hier oben stabilisieren mit einer 4-Stunden-Candle-Close da drüber. Sieht die ganze Sache ein bisschen besser aus. Kriegen wir aber im Endeffekt auch wieder nur so ein Wick nach oben und greifen uns dann 4-Stunden-Close da drunter. Dann sieht es schlecht aus, weil dann haben wir uns die Liquidität geholt. Und dann können wir sehr, sehr stark damit rechnen, dass wir einen neuen Abverkauf sehen. Und dann wahrscheinlich in die Region um 1.470 US-Dollar. Also es gilt, 4-Stunden-Close über diesen beiden Hochpunkten. Einerseits bei Bitcoin, einerseits bei Ethereum. Dann ist es bullish. Sehen wir einfach nur ein 4-Stunden-Close mit Wick drüber, dann ist es bearish. Weil wir einfach dann im Endeffekt die Liquidität, das heißt die Short-Liquidität, die hier oben liegt, abgegriffen haben. Und dann im Endeffekt die Trendwende nach unten und dann die Liquidität nutzen, um zu shorten. Gut, soviel dazu. Dann kurzes Update. B&B wurde bei mir ausgestoppt. Aber vorher Profite genommen, war gestern eigentlich ganz gut. Jetzt gilt es erst einmal die Ineffizienz hier oben in Richtung 371. Das ist jetzt erst einmal das primäre Ziel. Sollten wir es hier hochschaffen, short ich das Ding wahrscheinlich ohne Ende. Weil einfach die Ineffizienz sehr, sehr verlockend dazu ist. Außerdem liegt dann hier oben auch noch das Golden Pocket. Also das auf jeden Fall mal im Blick behalten die nächsten Tage. Dann haben wir gestern im Livestream drüber gesprochen. Wartet einerseits Kusama. Kusama ausgebrochen. Zumindest hier auf dem Lock-Chart. Jetzt gehen wir aber mal in den regulären. Da läuft die Long-Position. Gestern aufgemacht, hier unten an diesem Tiefpunkt. Einerseits wegen der Bullish-Divergence auf den 4-Stunden, auf den Daily. Ich glaube sogar auf dem Weekly hatten wir glaube ich auch die Bullish-Divergence. Also perfekter Entry. Weil wir weiterhin hier dieses Falling-Vetch-Pattern haben. Ich sehe auch den Entry jetzt momentan noch nicht als zu riskant an. Auch wenn wir auf dem 4-Stunden-Chart schon sehr, sehr weit oben sind. Aber gut. Das Risiko muss man jetzt im Endeffekt eingehen, wer da nicht dran ist. Aber wir haben die letzten Tage immer wieder drüber gesprochen. Und auch im Livestream letzte Woche. Also das auf jeden Fall im Blick behalten. Die Kusama-Long-Position läuft. Dann wurde ich gestern darauf aufmerksam gemacht, auf Engine. Und zwar Engine ist sehr, 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 sehr interessant. Hier gilt der Blick auf den Log-Chart. Und zwar zeige ich euch das mal ganz kurz. Wir haben hier im Endeffekt den perfekten Readers bekommen von unserer Downtrend-Linie, von unserem All-Time-High, welches wir im November 2021 gebildet haben. Ihr seht es hier sehr, sehr akkurat. Ich kann euch auch immer nur empfehlen. Nehmt den Log-Chart und nehmt mal den regulären Chart. Und vergleicht einfach mal ein bisschen so diese Downtrend-Linie vom All-Time-High vor allem. Weil die ziehen extrem. Werdet ihr auch gleich bei Sand nochmal sehen. Wie gesagt, Engine perfekt ausgebrochen. Retest gestern im Stream festgestellt. Und jetzt kommt im Endeffekt schon der Pump. Sieht auch ganz gut aus. Ich habe es auch in die Telegram-Gruppe gepostet. Seht ihr hier, die ersten Profite sind auf jeden Fall gesichert. Hab mich auch bei euch in der Gruppe bedankt. Also vielen, vielen Dank dafür. Kommt auch gerne. Wer noch nicht drin ist, kommt gerne in die Telegram-Gruppe. Auch da wird es Trade-Setups geben. Wir werden mehr darüber sprechen. Also kommt da gerne rein. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Dann, wie gesagt, Engine läuft jetzt erst einmal perfekt. Stop-Loss wäre unten die 12%. Aber ich versuche das jetzt relativ zeitnah auf Entry zu setzen. Erstes Ziel auch hier die Liquidität um 0,48 US-Dollar Sand. Und dann Sand. Sand. Dann kommt noch Sand. Gucken wir uns auch noch ganz kurz an. Weil das haben wir auch gestern besprochen. Im Endeffekt das gleiche Spiel. Nur haben wir hier noch keinen Breakout. Auch hier vom All-Time-High. Die Downtrend-Linie perfekt. Also die ist wirklich sehr, sehr akkurat. Immer wieder als Widerstand hier anerkannt. Und ihr seht es. Eins, zwei, drei. Und jetzt im Endeffekt das vierte Mal. Und normalerweise deutet das dann auf den Breakout hin. Und nicht nur da, sondern wir haben ja auch darüber gesprochen. Auf einem regulären Chart sind wir hier aus diesem Downtrend ausgebrochen. Jetzt geht es darum, im Endeffekt diesen All-Time-High-Widerstand rauszunehmen. Brechen wir den. Kriegen hier vielleicht noch ein bisschen eine Konsolidierung. Ist es sehr, sehr bullisch. Und wir könnten hier fast ein 1x-Move im Endeffekt hoch bis zu unserem Widerstand sehen. Bis zu unserer Widerstandsbox. Wären 70% circa. Die man hier mitnehmen könnte. Also da bin ich auf jeden Fall auch erstmal extrem, extrem bullisch gestimmt. Sobald dieser Widerstand im Endeffekt rausgenommen wird. Ich bin hier aber auch, ganz ehrlich, habe ich euch auch schon dazu gesagt, positioniert. Gut, das war es von meiner Seite aus. Wenn ihr noch irgendwelche Altcoin-Münsche habt, schreibt sie unten gerne in die Kommentare. Vielleicht, wenn es echt reicht, mache ich noch ein Altcoin-Update-Video für euch. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, ganz kurz noch die News. Visa startet NFT-Auktion zur Fußball-Weltmeisterschaft in Zusammenarbeit mit Crypto.com. Ja, jetzt geht das Ganze wieder los, Alter. Wenn Visa eine Aktion mit Duplo starten würde, würde ich das vielleicht unterstützen. Aber so, aber egal. Link müsste, glaube ich, schon in der Telegram-Gruppe sein. Durch unseren Mega-Bot, den wir mittlerweile installiert haben, dass die News automatisch kommen. Also die News müsstet ihr schon gelesen haben. Wenn nicht, schaut gerne bei Crypto.com vorbei. Kommt gerne in die Telegram-Gruppen rein. Und ansonsten, lasst dem Video ein Like da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und wenn ihr Bock habt, Like da lassen, Kommentar da lassen. Und ich verabschiede mich. Wir hören uns dann wahrscheinlich morgen erst wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Stay Crypto.